Bald starten wieder die wöchentlichen Folgen von Wer weiß denn sowas? Als Startschuss durften sich Zuschauer am Samstagabend über eine XXL-Folge des beliebten Quizformats freuen. Kai Pflaume hieß wie immer Bernhard Hohecker und Elton im Studio willkommen, die in gleich drei Quizrundenteams mit Promis bildeten. Hinter Bernhard saßen an diesem Abend 75 und hinter Elton 48 Zuschauer, die sie während Publikumsfragen zu Rate ziehen konnten. In der ersten Runde traten Atze Schröder und Bernhard gegen Mario Barth und Elton an. Als nächstes saß Viktoria Swarovski neben Bernhard und Klaus Eberhardt Hänger neben Elton. Am Ende rät Bruce Daniel neben Bernhard und Ina Müller neben Elton um den Einzug in die nächste Runde. Jeder Promi-Gast, der in seiner Runde gewann, qualifizierte sich für das Halbfinale. In weiteren Quizrunden wurde entschieden, wer am Ende 50.000 Euro für einen guten Zweck gewann. Bevor es dazu kam, sorgte jedoch der Moderator selbst für einen unerwarteten Showmoment. Kai Pflaume entblößt Brustwatzen in ARD-Show Bereits die allererste Frage in der Kategorie Brisant sorgte für ein Highlight der Sendung. Es ging um den Grund, weshalb zwei Architekten 1902 21 Meter als Idealdistanz für englische Häuser festlegten. Eine mögliche Erklärung wäre, dass dies die Distanz war, über die sie die Unterhaltungen ihrer Ehefrauen eindämmen konnten. Die zweite, dass sie aus der Entfernung die Brustwatzen des anderen nicht sehen konnten und die dritte, dass die Lücke ausreichend Platz für eine Partycricket bieten würde. Vor allem die Diskussion über die Sichtbarkeit von Brustwatzen schaukelte sich so hoch, dass Kai sich einige Meter entfernte und begann, sein Hemd an einer Stelle aufzuknöpfen. Dies geschah unter dem tobenden Applaus des Publikums. Der Moderator nahm das Ganze mit Humor. Nachdem er Mario Barth und allen anderen Anwesenden seine Brustwatze auf mehrere Meter Entfernung präsentiert hatte, verkündete er lachend. Eigentlich hatten wir bei der Frage noch kein Experiment geplant. Tatsächlich war die Sichtbarkeit der Brustwatzen dann sogar die richtige Antwort. Die Abstandsregel sollte damals die allgemeine Sittlichkeit wahren. Mario Barth amüsiert sich in ARD-Show über Frage. Was ist in den USA seit 2024 im Handel erhältlich? Diese Frage sorgte bei Mario Barth und Elton für viel Spaß. Zur Auswahl standen weiße Rosen, die Valium ausdünsten, Glücksklee, der in Wohnräumen Wärme erzeugt oder Petunien, die im Dunkeln leuchten. Mario witzelte, dass die leuchtenden Petunien in Deutschland vermutlich verboten sind, da sie in einer Reihe eingepflanzt für Flugzeuge den Eindruck einer Landebahn erwecken könnten. Noch schlimmer wäre, wenn plötzlich ein Hubschrauber im eigenen Garten landen würde, nur weil deine Freundin ein X gepflanzt hat, sagte Mario. Seine Vermutung mit den Petunien war am Ende korrekt. Ein US-Unternehmen übertrug die Eigenschaften eines nachts leuchtenden Pilzes auf Petunien. Durch eine Entscheidungsfrage gewann dennoch Atze die erste Quizrunde und nahm auf dem ersten der drei Halbfinalstühle Platz. A。 A, A., A. A, A. A, A, A. A, A. A, A. Untertitelung des ZDF, 2020